Hallo zusammen, bei meiner gestrigen Heimfahrt aus dem Urlaub habe ich im Radio einen Titel von Shakatak gehört, Nightbirds, eine sehr eingängige Melodie, das Hauptthema und der Zwischenteil, Vocals, das ist gar nicht so schwer zu spielen, ich habe mir die Noten einmal angesehen, ganz einfach zu spielen, allerdings das Solo, was im Original von Shakatak gespielt wird, das hat es schon etwas in sich, ich habe nicht versucht das Original Solo nachzuspielen, sondern habe mich nur an die Akkordfolge gehalten und mal einen kleinen Versuch gestartet ein Piano Solo hinzukriegen, ich hoffe es gefällt euch. Musik 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 Musik